Sehr geehrte Damen und Herren, das Jahr 2014 war ein ganz besonderes Jahr für unsere DHBW. Wir konnten unseren 40. Geburtstag feiern und auf 40 Jahre erfolgreiche Entwicklung des dualen Studiums zurückblicken. Ich möchte an dieser Stelle allen sehr herzlich danken, die diese Erfolgsgeschichte gemeinsam mit uns geschrieben haben. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren dualen Partnern, den haupt- und nebenberuflichen Dozentinnen und Dozenten, unseren herausragenden Studierenden, unseren Absolventinnen und Absolventen und auch den politisch Verantwortlichen, die uns über die vielen Jahre stets sehr positiv begleitet haben. Dank ihres herausragenden Engagements konnten wir uns als Marke duales Studium sehr erfolgreich entwickeln und uns auch innerhalb der Hochschullandschaft national und international sehr positiv platzieren. Der Erfolg der letzten Jahre ist für uns anspornend, auch künftig unseren Qualitätsansprüchen gerecht zu werden und mit großem Engagement unsere Hochschule weiterzuentwickeln. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien an dieser Stelle ein schönes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2015 von ganzem Herzen alles Gute, Glück, Erfolg und beste Gesundheit. Vielen Dank. Vielen Dank.